yo hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von dying light the boss record wir starten wieder eine neue runde ihr wisst ja wenn ihr schon mal geschaut hat bei den anderen folgen dann wisst ihr ganz genau wie man hier ausflippen kann wie man diesen download content hassen kann denn er ist einfach zu schwer ihr könnt sagen was ihr wollt er ist einfach zu schwer meine persönliche meinung viel zu schwer und ich weiß ihr stimmt mir dazu den bogen haben wir schon wir müssen jetzt zehn virus träger töten um stromfeil zu kriegen und jagd auf zehn flüchter um brandpfeil wenn ich das richtig gesehen hat das blöde an der geschichte ist es haben so wenig gegner pfeile bei dass es total schwierig wird hier diese aufgabe zu meistern also ich glaube man kann sich jetzt aussuchen entweder man spart sich feile und tötet nur die virus träger oder man spart sich feile und tötet nur die flüchter oder man guckt dass man so schnell wie möglich durch diese prüfung durchkommt um halt diese explosions feile zu kriegen die mir persönlich am meisten gefallen würden aber ich würde sagen bei runde 1 versuchen wir mal einfach nur virus träger zu töten jetzt muss ich gucken dass ich irgendwie genug feile zusammenkriege da fällt mir eigentlich schon was cooles ein wo wir das dann machen können genau ich habe schon eine idee wie wir das am besten schaffen starten wir einfach ganz normal und versuchen so viele feile wie möglich zu sammeln jo man das erste ding haben wir folgen noch 50.000 ihr wisst bescheid leute ihr wisst bescheid wie scheiße die scheiße hier ist töte sie wie ich dieses scheiße ja so wie ich diese scheiße einfach wasser kommt gleich looten brauchen feile ohne ende kommen jetzt müssen wir bloß noch bieten kommen wir auf zu brennen natürlich nix bei verdammte scheiße wir brauchen feile verdammter mist wo kriegen wir hier feile her das kriegen wir nur von den von den typen nach von den fetten töten sie die befallenen schnauze komm schon komm schon wo ist die bombe blöd ist wir müssen auch noch schnell genug sein und die um die prüfung überhaupt zu schaffen natürlich jetzt train noch eine weile braucht wird schwierig komm schnell crane beeil dich komm schon crane so jetzt müssen wir noch ein paar killen ich hoffe die kommen her dann können wir die hier vielleicht gleich hinten looten darf nicht runterfallen schnauze komm 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 dich will ich auch noch looten na komm schon hat da keiner feile bei das gibt es ja gar nicht aber ganz wenige wie kommen wir jetzt denn hier ein feiler an irgendwie hat dir keiner was bei vielleicht haben wir dich unterschätzt jetzt geheil dich und hol dir deine belohnung bevor sie verschwindet los scheiße mensch wo ist er denn komm schon ich brauche feile jungs ich brauche feile mensch wenn man hier mal richtig rennen könnte ja crane ist einfach zu lahmarschig mehr du dreckst viech und crane hört gerne mittendrin mal auf zu rennen was eigentlich das größte problem überhaupt ist scheiße nein ah fuck man das schaffe ich nicht mehr nein kacke bleib stehen alter ich flippe hier noch aus ich flippe hier noch aus ja ihr seht leute es ist einfach genial das war's es ist so nervig es ist so nervig das müssen wir jetzt machen ach so jetzt müssen wir hinten glaube ich die bombe entschärfen ich weiß komm schon mach das ding auf ja crane haut auch nicht na kommt her na kommt her da kommt wenigstens her wenn ich euch rufe ja warum die jetzt nicht kommen weiß ich nicht die kommen wahrscheinlich erst wieder wenn ich versuche das ding hier aufzumachen da kommt ja noch da kommt ja noch scheiße oh mist man verdammte kacke ich hab gedacht wir können noch ein paar looten dass wir ein paar pfeile kriegen aber anscheinend falsch gedacht kacke man wo kriegen wir denn die ganzen pfeile her uns fehlen massig pfeile einfach ich glaub wir müssen dann echt jeden mit kopfschuss töten anders kriegt man das gar nicht hin ich glaub hier ist noch eine drin wenn crane nicht immer schleichen würde und die ganz letzte glaube ich hier ist eine genau und die ganz letzte glaube ich zumindest nein ich gebe nicht auf aber wenn wir schon mal hier sind nehmen wir die auch gleich mit denn uns geht es ja in diesem run hier diesmal nicht um die zeit sondern wir versuchen ja 10 pfeile zu erhalten es ginge leichter aber nicht in diesem spiel mir fehlen trotzdem immer noch pfeile ich hab keinen plan wo wir die herkriegen sollen ja ja nein das wollte ich doch gar nicht jetzt müssen wir glaube ich erstmal hier runter und jetzt geht's los komm schon crane du pappnase die brandpfeile werden mir fast noch am liebsten brandpfeile und explosionspfeile aber um die explosionspfeile zu kriegen muss man schon wieder muss man schon wieder ganz schön viel leisten hier ne ne oh hier muss man aufpassen fliegt man gerne mal runter alter ich hab keinen schimmer wo wir pfeile herkriegen weil so viel gegner kommen hier gar nicht mehr wie wir brauchen und hier runter jippie jetzt gestorben das wäre enorm cool gewesen das wäre so richtig geil gewesen so richtig zum lachen wäre das gewesen wo sind die pfeile na komm na komm der sterbt kann ich euch looten? ich kann sie nicht looten jetzt müssen wir ganz schnell kacke man wo kommen die jetzt raus die freaks alter ey crane läuft ab und zu nicht und ich will eigentlich überhaupt nichts mit den medikits wir werden so so ein paar pfeile viel viel geiler viel mehr wert oh man die haben aber schnell auf den weg geräumt was haben wir hier haben wir auch noch einen rumliegen medikits brauchen wir ja eigentlich nicht wir brauchen pfeile hast du ein paar pfeile bei kumpel? ne scheiße man äh ich weiß trotzdem immer noch nicht wo wir pfeile herkriegen alter wie hoch müssen wir hier noch? die zeit ist knapp komm schon komm schon komm schon komm mach das Ding kaputt hier hier unten aber ich glaub da ist keine drinnen glaube ich aber gut wir machen sie lieber mit bevor wir hier verkacken bevor hier doch die Bombe drin ist und wir versagen such weiter ein echter überleben wer gibt nie auf ich bin doch bei ich geb doch auch gar nicht auf ich geb mein bestes hier aber wie gesagt ein paar pfeile wäre nicht schlecht und hier ist die zweite dann hätten wir das auch erledigt und jetzt haben wir glaube ich wieder Kontrollpunkte besuchen ja will ich ja man ich brauch nur ein paar pfeile kumpel ein paar pfeile wäre nicht schlecht so so du hast nicht viel Zeit entweder wirst du schneller oder du wirst sterben komm schon wo müssen wir hin wo fängt es an fuck 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 aber das sind immer dieselben Prüfungen und man muss auch immer das gleiche machen es sind immer die gleichen Punkte und das sind auch glaube ich immer überall die die Bomben drinnen also in denselben tun die gleichen Bomben oder in den die Bomben sind in den gleichen Truhen aber trotzdem bis man sich das gemerkt hat wo was wie kommt und welche Prüfungen und wo man dann wo man dann hin muss quasi das ist nicht so einfach wie es aussieht es ist tatsächlich schwieriger als wie es hier jetzt scheint und ich habe das dumme Gefühl dass wir bevor wir in die nächste Ebene kommen keine 10 Pfeile zusammen kriegen und das wäre eigentlich enorm kacke weil hier gibt es nämlich gleich eine Szene wo man wo man richtig viele Gegner töten könnte also normale befallene man bräuchte bloß noch Pfeile dazu die wir nicht haben und da kommen wir zum Punkt wir haben die Pfeile nicht die wir jetzt gleich brauchen komm schon was würden wir nur ohne unser abholen machen komm schon Crane wir bräuchten echt Pfeile ja ja nun kommen wir haben nicht ewig Zeit man wir haben nicht ewig Zeit man und jetzt fangen schon an also nur zu Info ich glaube es sind insgesamt 20 Prüfungen wenn ich mich nicht täusche ich weiß es jetzt aber nicht hundertprozentig komm fall nicht runter ah das ist einfach so cool das ist so cool warum die Scheiße mal runterfallen muss da unten kommt man jetzt natürlich nicht mehr hin oder schlecht sehr schlecht bleib oben oh Glück gehabt was für ein Glück wir haben oh wir müssen hier unten hin komm schon Crane schlaf nicht ein du Schlafmütze hier legen wir erstmal einen hoch holen wir uns gleich den nächsten dann haben wir diesen scheiß Weg hier nicht aber man wir haben ganz sicher keine 10 Pfeile wir müssen 10 Zombies töten 10 Virusträger damit wir die Brandpfeile kriegen das wird schwer Leute das wird schwer vielleicht hat der da fettweinst irgendwelche Pfeile bei das ist mir zu riskant den jetzt zu töten erstmal den erstmal den Kanister der am nächsten zum runterfallen liegt oh Glück gehabt alter das war unsere Rettung das war unsere Rettung nein scheiße fuck man schaffen wir es noch oh man wenn wir den jetzt verkacken dann haben wir verkackt Leute da haben wir richtig verkackt es wird knapp es wird knapp ich habe eigentlich gedacht der sitzt aber anscheinend nicht bitte bleib jetzt drauf liegen Glück gehabt wie konnte der mich jetzt äh das ist das ist jetzt lustig gewesen das war jetzt richtig lustig ja man so den hätten wir und jetzt müssen wir mal gucken nach dem Bogen oh wir haben 12 Schuss jetzt muss nur jeder Schuss sitzen Leute jeder Schuss muss sitzen Nummer 1 jetzt müssen wir uns echt Zeit lassen wie kann ich denn jetzt hier wieder oh man das wird heftig das wird heftig da muss jetzt echt jeder Schuss sitzen ne also 2 haben wir hier nirgends noch mehr was rum 2 hätten wir also aus der Entfernung hier vielleicht ganz in Ruhe ganz entspannt wenn die Gegner mal stehen bleiben würden ja man also wir haben 2 ey wir können die aber wieder aufheben glaube ich sogar ne wir können die teilweise sogar gut hier geht es jetzt nicht naja da kommen wir jetzt natürlich nicht hin verdammter Mist bleib stehen ja man hier haben wir noch einen Pfeil gekriegt ich glaube 4 hätten wir jetzt oder 4 4 müssten wir haben ja BÄM wo landet denn der Pfeil hier hinten ah die kann man immer wieder aufheben das ist doch praktisch wenn das nicht praktisch ist so dann haben wir nein ich glaube 5 haben wir oder wir müssen auf Abstand gehen dass die uns hier nicht angreifen dass wir so viel Zeit wie möglich haben um die anzugreifen nein den müssen wir uns schnell wiederholen den Pfeil das ist cool wenn man die immer wieder aufnehmen kann ja man voll in deinen hässlichen Schädel aber wo ist der Pfeil gelandet da steht auch noch einer den können wir auch noch ok nein bleib stehen hu hu es wäre trotzdem cool wenn ich wissen würde wie viele Pfeile wir jetzt schon haben aber wir müssten 6 haben glaube ich ich glaube 6 müssten wir haben zählen zählt es auch wenn ich die dann mit 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 einem Feuerlöscher töte durch Falle ja man nein oh fuck den müssen wir uns schnell wiederholen nicht das was verkacken nicht das das ist wer w w w w w